Warnung! Feindkräfte nähern sich! Von Staten Island mal abgesehen, denn ihr seid kein echter Stadtteil. Hier ist wieder Rick Van Nessie mit Wooden, you know it. Hey, ich seh doch, dass Sie bessere Ausrüstung brauchen. Das ist alles hier, wo paradoxische Warnvorstellungen sind. Aber es gelingt nicht, New York. Es gelingt mir nicht. Ein paar von euch da draußen haben mich gebeten, den Namen dieser durch die Direct-Difizierung einen vierten Scheifezellen herauszufinden. Nach allem, was ich weiß, sind sie so geheim, dass sie sich einfach bewischen nennen. Was? Das muss ich zugeben. Durchaus angemessen klicken. Warnung! Sie verlassen jetzt den sicheren Bereich. Die sind eins. Ich weiß, ich weiß. Gibt's? 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 Oh, Mensch, bleibst sich mal bei euch. Gibt's? Gibt's? Sie haben eine Einheit bei der 53. West gestellt. Sie brauchen Hilfe. Ohne Sie wären wir jetzt tot. Sie greifen in Zukunft nicht mehr so schnell eine JTF. Warnung! Feindkräfte nähern sich! Da kommt noch mehr! Ihr müsst jeden Decken, der nachlädt! Keine Fall! Alles in Ordnung? Gut! Warnung! Feindkräfte nähern sich! Da kommt noch mehr! Warnung! Feindkräfte nähern sich! Wir kämpfen hier gegen Sieber und Börder! Deckung! Deckung! Feuer! Vollkretter! Geht's von der Seite? Sie haben es echt rumgelöst! Danke! Auf Sie kann man zählen! Geht's von der Seite! Der ist tot! Geht's von der Seite! Die Seite! Geht's von der Seite! Das war's. Eine einfache Risiko-Gewinn-Rechnung. Scheiße! Eine einfache Risiko-Gewinn-Rechnung. Ich will sie nicht aufhalten. Das LMB soll am Russisch holen. 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 Alle Einheiten. Raikers sperren die Straße in der 47. west und 9. Der ist nur ein Zwischenstopp. Ich habe einen verdeckten Ermittler umgelegt. Schnell oder langsam? Schau! Feucht sie wieder aus! Weg weg! Beherrlich! Irgendwann kommst du raus! Ihr braucht keine Erlaubnis zu töten! Irgendwann feucht sie! Weg weg! JTF-Verstärkung anfordert! Warnung! Feindkraft näher in sich! Feucht sie wieder aus! Ihr Schwer verletzt! Es ist ziemlich sauflichkeit zu machen! Warnung! Feindkraft näher in sich! JTF-Verstärkung anfordert! Ich habe keine Erlaubnis zu tun! Warnung! 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 Oh! Achtung, Leute! Hey! Hey, passt nicht die Gäste! Hey, passt auf! Leht uns von mir ab! Ich freue mich drauf, ich kann's nur machen! Ich freue mich drauf, 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 ich freue mich Ich freu mich schon auf meine Füchse hoch und so lehnen. Geh los! Nicht nass? Treib die Wichter aus der Deckung! Mach keinen Fehler! Jetzt los! Du kannst nicht mal kämpfen! Nein, nein, nein! Was macht ihr? Jetzt kapier schon! Ja! 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 UNTERTITELUNG 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 Das war ein guter Kampf. Ich hätte nichts dagegen, Sie immer mit dabei zu haben. Zentrale an alle Einsatzkräfte. Priorität 1. Dr. Kendall benötigt Virenscans der Quarantänezone in der 47. West. Achtung! Warnung! Betreten eines kontaminierten Gebiets. Sie verlassen jetzt das kontaminierte Gebiet. Alarm! Kontaminationsscan eingeleitet. Untertitelung des ZDF, 2020 Alarm! Kontaminationsscan eingeleitet. Warnung! Die Daten deuten auf ein kontaminiertes Gebiet hin. Alarm! Kontaminationsscan eingeleitet. Alarm! Kontaminationsscan eingeleitet. Sie verlassen das kontaminierte Gebiet. Werden die Augen auf! Denen Sie in Ihrem Schleudern sein! Geh! Geht ihn los! Schocken! Pas bien de problème! Hallo? Die Hände, die Hände! Schocken! Ja, bitte. Ich bringe die Daten direkt zu Dr. Campbell. Gut gemacht. 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 Ah! Vielen Dank, Agent. Ab hier übernehmen wir. Oh, hier ist Chris. Sprich auf das Band. Hi Arschloch, wo zum Teufel bist du? Du solltest mich vor drei Stunden am Flughafen abholen. Vielen Dank auch. Musst du mich durch eine richtige Meute kämpfen, um in so einen scheiß Bus zu steigen? Was ist los? Gibt's bei euch keine Taxis mehr? Jedenfalls bin ich in einer halben Stunde da. Bis dahin solltest du besser wach sein. Bis gleich. Mehr, da mach ich alle. Ist das du ohrtunst? Oh, der Ring! Ist das du uhrtunst? Eherbeber! Ja, den Ring! Mann, ist das gut, draußen zu sein. Ich hör erst auf, wenn alle Bullen tot sind. Mann, ist das gut, draußen zu sein. Mann, ist das gut, draußen zu sein. Mann, ist das gut, draußen zu sein. Du kannst eigentlich gleich aufgeben. Mann, ist das gut, draußen zu sein. Mann, ist das gut. Mann, ist das gut. Mann, ist das gut, draußen zu sein. 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 Mann, ist das gut. 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 Krafte näher an sich. Ja, ich werde sie nicht mehr�nt. Oh! Was ist mit dem Locken? Rass uns die Zwang! Wunderbar! Wunderbar! Möbel. Dann! Er ist verletzt! Kofi! Wir gar nicht! Es geht los! Hol sie aus dem Versteck! Das hat gemessen! Ihr seid nicht meine Liga! Ein Kompletter! Es ist egal wie viele da sind! Danke! Sie haben die Straße geräumt! Wow! Sie haben da richtig gute Arbeit geleistet! Wir auf unserer Seite sind! Die Klinas machen mich krank! Ich bin froh, dass sie helfen! Ich muss schlafen! Ich muss schlafen! Die Stadt holen wir uns!